Na, leck mich am Arsch. Jetzt hat der Hinak sich vertan. Es ist gerade mal 12 Uhr und ich hab ein Frühstück bestellt. Und das ist daraus geworden. Ein Snack. Ein kleiner Snack. Schaut es euch an. Bist du denn verrückt? Das gibt's doch gar nicht. Mamma mia. Wir sind hier. Wir haben einen Türken kennengelernt. Der hat uns dieses Lokal hier empfohlen. Und das sieht wirklich bombastisch aus. Schaut es euch an. Ich kann mich nur wiederholen. Wir sind die ganzen Spieße. Wird alles auf echten Kohlegrill zubereitet. Das ist der Hammer. Da ist Kemal. Hinten ist noch ein Hinterhof. Monika, guten Appetit.